Hallo, was geht? Ich grüße euch zu unserem Video und zwar heute zum Server Start bzw. das erste Spiel und zwar Wird das erste Spiel um 15 uhr um Samstag sein, also diesen Samstag Ja und zwar werde ich um 15 Uhr den Stream anmachen und um 15.15 Uhr wird dann der Server on gehen also der Stream startet um 15 Uhr damit alle eine Übernachrichtung kriegen und so und der Server geht dann um 15.15 Uhr on und wenn alles geht können wir das Turnier dann um 15.30 Uhr starten und wie gesagt viele meinten ja muss man da aufnehmen, muss man da streamen, muss man sich da bewerben Jungs, das ist kein Projekt, also das soll jetzt keine Art Varo sein, das ist so eine Art Speed Wars, die kann man eigentlich sagen Nur, dass es halt so geiler ist, also das geht 1-2 Stunden Wie das farbendurchstuff, es gibt extra Schutzzeit, damit die Fallzeit länger gehen und epischer sind Die Border werde ich halt, äh, dementsprechend groß machen, der Server hat natürlich 150 Slots Äh, ich hab zwar momentan noch ein bisschen Probleme mit dem Plugin, also es ist so nicht alles fertig eingeschickt Aber ich denke mal bis Samstag sollte alles klappen Äh, ich muss zwar nur noch gucken, ob ich mehr Gigabyte kriege, weil viele von euch meinten ja 12 Gigabyte würden nicht reichen Ich schaue das einfach mal, äh, das Ganze wird gesponsert von MC Host und Kernhouse Also Kernhouse, äh, legt ein bisschen drauf auf den Server und, äh, finanziert am meisten die Preisgelder Äh, wie gesagt, das Preisgeld wird dann 20 Euro, also jeder Spieler 10 Euro, falls geteamt wird und falls, äh, ein Solo gewinnt Kriegt er 20 Euro und direkt nach dem Turnier, falls die nicht reingekommen sind, kommt noch ein Turnier Mit 10 Euro Preisgelder, also seid auf jeden Fall, äh, gespannt Was euch erwarten wird, äh, wie gesagt, Samstag 15 Uhr seid dabei auf YouTube, hier auf meinem Kanal Und so würde ich mal sagen, hau rein und ciao